Du erhältst dann den Auftrag, wenn dein Kind es verbal und direkt kommuniziert. Der Satz, Mama, ich will das nicht mehr, stell das ab, ist ein sehr deutlicher Auftrag. Deutlicher geht es nicht mehr. Das ist ein klares Go für dich, denn nun kannst du alles unternehmen, was dir zur Verfügung steht. Und das Gute dabei, dein Kind wird deinen Antrag entsprechend stützen und daran mitarbeiten. Also Löwinnen-Power on! Das setzt natürlich voraus, dass das Kind alt genug ist, ein solches Statement klar zu formulieren. Von einem Baby oder Kleinkind wirst du so etwas noch nicht hören. Logisch. Auch ein Kind im Loyalitätskonflikt, vielleicht im Alter von 9, 10, 11 Jahren, wird einen solchen Satz aus Angst vor Verlust oder Liebesentzug eher nicht formulieren.